Oh hey, Tentakel, damit hat sich der Wicker schon mal erledigt. Oh Kreissägen, geil! What the heck? Alles klar. Ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ich dachte Outlast jetzt in sich. Die Erde biebte, als ich zum ersten Mal die Bestie gesehen habe. Ihre brutale Kraft ist keine anderen ebenbürtig. Sogar Dämonen suchen eine Zuflucht, wenn der Teufel in der Nähe ist. Okay, das wird lustig. Die mit Blindheit gestraften Märtyrer werden wahnsinnig und erinnern sich an nichts außer Schmerzen und Gewalt. Die Schwächeren geben letztendlich auf. Ihr Geist wiederum wird zerstreut und hinterlässt eine kraftlose und der Hoffnung beraubte Hülle. Es gibt unter ihnen auch solche, die die Wut ausnutzen, um nochmals die verstümmelten Körper zu beleben und die Adern mit dem brennenden Blut der Dämonen zu füllen. Indem sie sich Wahnsinn und Brutalität öffnen, verwandeln sie sich in riesige Bestien, deren einziges Ziel das Zufügen von Leid ist. Schmerzen und Angst werden zu allem, wonach sie lächzen. Die Reste des Glaubens, die am Grunde ihres Verstandes vergraben sind, bewirken, dass Teufel der Göttin treu bleiben und unterbewusst versuchen, sie zufriedenzustellen, indem sie immer weitere Konstruktionen für sie erschaffen, aus Leichen von Menschen, die törig genug waren, sich ihnen in den Weg zu stellen. Halte den Atem an und bete, wenn du spürst, dass die Erde unter deinem Fuß anfängt zu beben. Wobei ich erstaunt bin, dass die Zettel hier noch rumliegen, ohne verbrannt zu sein oder irgendwie im Blut getränkt zu sein. Darf ich an der Animation dieses Wassers, beziehungsweise dieses Blutes rummeckern? Sieht eher aus wie so ein Herzschlag. Das ist kein akkurates Blutverhalten, glaube ich. Wobei, warte mal, wir laufen da ja drauf rum. Vielleicht ist es doch einfach nur eine Magenwand. Okay. Gut, also, ähm... Ich glaube, dem ist nicht mehr zu helfen. Dann schmuggeln wir uns mal hier rum. Hier ist eine wunderschöne Tür, die wir wahrscheinlich nicht öffnen können, weil... Bau. Okay. Also, aus Erfahrung würde ich sagen, kreislegend zeigt sich sehr gut dazu, einen Luf zu bringen. Deswegen riechen wir hier mal rum. Bevor die Zettel war alles anders. Was können wir sonst noch machen, um es zu ändern? Ist schon wieder so eine komische Tante. Hallo? Entschuldigen Sie. Schon wieder keine Haare. Ja, die sollte eigentlich Haare haben. Bevor die Zettel war alles anders. Was können wir sonst noch machen, um es zu ändern? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Alles klar, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Das sind ein paar Hände immer wieder. Ich will... 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 Und... Du hast real gut. Alles klar! Die Typen rasten aus, wenn man die Dinger absieht manchmal. Wieso seid ihr eigentlich alle nackt? Wieso hast du auch keine Ahre? Außer einen Bart. Schau mir, was du schmeißt. Wir geben uns einen Rast. Nur einen Bisschen. Nein, ich möchte nicht, dass du weißt, wie ich schmecke. Oh, der Soul Mirror ist kaputt, oder wie das Ding heißt? Schön, okay, cool. Also du bleibst da, unterhältst dich mit dem toten Soul Mirror, ja, okay. Wie wäre es einfach, wenn du an dem da rumlutscht, ja? Das wäre doch geil. Bleibst du jetzt da oder verfolgst du mich? Du wackelst komisch auf der Stelle rum, okay, auch eine Idee. Oh, der hatte ohne Haare. Ich soll ja irgendwas anzünden können, haben sie gesagt, aber... Ich habe es ehrlich gestanden, keine Ahnung, womit. Gibt es irgendwo Fackeln, die ich nicht gesehen habe, die ich mal mitnehmen könnte? Das Trickert mich, dass ich keine Haare habe. Ich bin mir sicher, dass sie mal welche hatten, oder zumindest welche haben sollten. Gibt es hier irgendwo nur Fackeln mitgehen lassen? Junge, brauchst du deinen Arm noch, oder kann ich den gar mal haben? Oder hier irgendwas von dem da, was ich anzünden kann? Nicht, okay, schade. Was ist das? Da kann ich das bitte nehmen. Könnte irgendwas Knochiges sein, oder aus Metall, ich bin mir nicht sicher. Also, finden Sie einen Weg hier raus? Würde ich gerne, ich weiß noch nicht wie. Entweder habe ich die Option, von irgendwelchen komischen Tarkenszerfleisch zu werden. Wahrscheinlich, ich habe es noch nicht ausprobiert, was dann passiert, aber die sehen nicht sehr freundlich aus. Oder, aber ich habe keine Ahnung. Wir haben eine Karte. Boah, das ist die wunderschönste Karte, die ich je gesehen habe. Ich hätte nicht was selber zeichnen können. Gut, das hilft uns auch nicht. Das ist immer noch beschäftigt, die Babys zu füttern. Alles klar. Das sieht sehr merkwürdig aus. Warum ist das hier so scheißen Dunkel, Alter? Ich weiß nur, dass wir sterben, wenn man kann es mal ausprobieren. Okay. Wir sterben nicht, aber wir kriegen ordentlich auf die Fresse. Das ist ja auch eine Idee. Warte mal. Das ist... Warum... Warum laufe ich an sowas eigentlich immer wieder blind vorbei? Gut. Tut mir echt leid für dich, Junge. Ich dachte, wir können ihn anzünden. Wir können ihn nicht anzünden. Können wir das da anzünden? Warte mal. Was haltet ihr eigentlich von Licht? Ich verstehe, ihr kleinen Pussys. Ihr mögt es nicht, wenn es zu hell ist. Was ist das? Und warum finde ich, dass es nicht gut aussieht? Brauche ich da irgendeine Axt oder sowas, damit ich da hoch kann? Irgendwas zum Klettern, Kletterseil, weiß nicht, irgendwas in der Richtung. Der zu vorkommt, okay, also da können wir nicht weiter. Kann ich dich anzünden? Nö. Ah, ein Versuch wert. Nein. Eisen brennt schlecht, Vortex. Merkt ihr das? Das kann ich nicht anzünden. Ups. Entschuldigung. Kann ich dich anzünden? Nö. Nö. Das ist ein Schiss. Kann ich dich anzünden? Nein. Sie sagt noch, ich kann mehr Töre anfackeln und der Typ sieht aus, als wenn einer mehr. Oh, ich habe den richtigen Spot erwischen. Oh, ja, jetzt sehe ich, warum meine Lieblingsprästin so viel über dich gesprochen hat. Dämonen setzen auf ihre Sinne. Dämonen setzen auf ihre Sinne. Die Verlassverhaltensweisen deiner Gegner und nutze das Umfeld, um effektiv gegen sie vorzugehen. Drücke Alt, um den Atem anzuhalten, sodass du schwieriger aufzuspüren bist. Verdecke dich in den Leichenbergen oder in den Spalten, um nicht entdeckt zu werden. Das ist halt beide Möglichkeiten, um verbräunend zu bleiben. Wieso brennen eigentlich jetzt beide? Wieso bist du nicht einfach? Alles klar. Ich verstehe schon. Wir beiden werden keine guten Freunde. In Agony ist der Tod ein Teil deiner Reise. Oh, okay. Nutze deinen Astralenkörper, um ein anfälliges Geschöpf zu finden, um in deinem... Alles klar. Vertikale Bewegung. Kann ich nicht einfach tot bleiben? Das ist cool. Kann fliegen. Moment, warte mal. Ich hab einen Timer. Scheiße. Wie wär's eigentlich mit diesem komischen Flitzbeep-Typen da? Äh, der eine da, der mich essen wollte. Oder die da. Die sieht doch auch aus, wenn sie anfällig wären. Jetzt haben wir zwar keine Haare mehr, aber passiert. Jetzt sind wir eine Frau. Oh, Transgender war doch nie so einfach. Alles klar. Okay, wir haben einen Timer. Die Dämonen sind scheiße. Ah, und wir können Leute besetzen. Okay, also solange noch welche da sind. Äh, alles klar. Alt war Atem anhalten, oder? Okay. Gut, also müssen wir jetzt von den Dämonen drumherum schleichen. Oh, da hängt ja einer. Tut mir leid. Ach, scheiß doch, die Wand an. Kack, Wand. Hm. Hm. Also. Haben wir das jetzt vielleicht wieder Haare? Hast du wieder Haare, oder hattest du die Welche? Keine Ahnung. Okay, wir können hier durch. Ich beginne langsam zu verstehen, hoffe ich. So, also, der Typ brennt noch nicht. Jetzt brennt er plötzlich. Was ist zum Fick? Ja, dann brennt es da halt. Die haben alle keine Haare, Alter. Das nervt mich gerade mit den Haaren. Da hatten wir gerade Hauptmenü. Ja. Wieso haben die keine Haare? Das ist merkwürdig. Abenteuer-Modus. Fortsetzen. Man, welcher nicht, wo die geblieben sind. Das ist ein bisschen komisch, ohne Haare, weiß ich nicht. Es ist, äh, ja. Eventuell aber auch bug mit meinem kleinen Workaround, damit ich es überhaupt spielen kann. Man, weiß ich nicht. Gut, okay. Also. So. Die Leute da vorne fangen an zu brennen, sobald wir hier durch sind. Alles klar. Du, 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 du. Ah, das wäre der Licht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es ist nichts. Ah, wir haben jetzt keine Haare, okay. Okay, was ist das da? Oh, ein Abflug. Fähigkeitsmog geworden. Cool. Ah, das sind die Nischen, die wir uns verstecken können. Nur mit X können wir die Fackel wegwerfen. Oh, genau, will ich hier eigentlich durch. Keine gute Idee, keine gute Idee, nein, keine gute Idee. Ganz schlechte Idee. Ich habe das Gefühl, wir werden noch sehr oft sterben. Hallo, Soul Mirror. Und wie ist da euch eigentlich eine Fackel mitgenommen, wenn die Dämonen da eh drauf abgehen? Hat auch merkwürdig ist, die erst anfangen zu brennen, sobald ihr da durch bist. Es ist irgendwie ein bisschen dumm. Hab ich den Apfel jetzt eigentlich gefüttert? Japp, haben wir. Warum ist das hier wieder gewesen? Was ist das hier eigentlich? Kann man auf jeden Fall durch. Ähm. Alles klar. Die Nische zum Verstecken. Was ist das? Siege sind unfertige Zeichen. Finden Sie das richtige Zeichen? Und vervollständige das Siegel, um das Ritual zu vollenden. föbchen Sie das neue Bartel? Oh, nein. Alles klar, also ich habe keine Ahnung, was ich da rein zeichnen soll, aber du bist mit komischem Typ ohne Haare. Siegel eingeprägt. Ah, wir müssen ein V da rein zeichnen. Ah, ist ja praktisch. Gehst du hin, machst hier. Das da. Hui. Fertig ist das Ritual. Et voilà. Eine Tür. Cool. Das ist cool. Offer, was du possess. Ja. Everything will change. Schleichenberge. Hm. Geil. Offer, was du possess. Okay, jetzt haben wir hier noch Schönes. Hier fehlt etwas. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Da fehlt halt noch irgendwas. Das ist ein sehr labyrinthiges Labyrinth. 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 Vielen Dank.